Guten Abend. Guten Abend. Oh ja, das sieht gut aus. Richtig gut. Und das wird in Lebensgröße vergrößert. Top. Bitte? Top. Dafür habe ich über Nacht in diesem Boxring, nachts, mit jemandem das aufgehängt. Und verantworte ich wieder mal Fernando Massano. Das ist ja unglaublich. Können wir den holen für den nächsten Film? Ich wusste es. Na echt, der ist zwei Meter.